Guten Morgen, Ehefrau. Guten Morgen, Ehemann. Mrs. Gray, schau aus dem Fenster. Ich entführe dich über das Wochenende. Ich kann nicht glauben, dass das mein Leben ist, dass ich es mit dir verbringen darf. Anna Grays Büro? Ich hole dich um fünf ab. Da bin ich vielleicht noch nicht fertig. Kann ich fahren? Nein. Das ist wunderschön. Ich habe es gekauft für uns. Ich liebe es. Christian, diese Lage ist perfekt. Ich werde dir ein fantastisches Haus bauen. Bitte sprechen Sie nicht mit meinem Mann, als wäre ich nicht hier. Anna. Sie dürfen mich Mrs. Gray nennen. Ich sollte öfter ungezogen sein. Wir werden verfolgt. Wie zur Hölle geht's dir, Anna? Jack, was willst du? Du willst also spielen? Ja, Sir. Christian. Hier kann ich dich beschützen und das werde ich tun. Du kannst mich nicht einsparen. Ich habe gelobt, dich treu zu lieben. Allen anderen zu entsagen. Hast du mit ihr geschlafen? Dir in schweren Zeiten beizustehen. Bis ans Ende unserer Tage. Wieso widersetzt du dich? Weil ich es kann. Tag uns weit. Tear uns abbleib Claudie. Tag uns abbleib Claudie. Gar Evan Säropy. Ich bin der Schilder.